Kompetent und flexibel. EBS aus Weilroth-Hasselbach hat sein Hauptaufgabengebiet in Neubauten und Sanierungen aller Art rund ums Gebäude. Zur Gewinnung von Wohnräumen können unter anderem kostengünstig spezielle Dachanhebungen durchgeführt werden. Zusammen mit der Firma Hessen-Fachwerk hat sich EBS nun auf Fachwerksanierung und Lehmbau spezialisiert. Das Unternehmen Hessen-Fachwerk führt unter anderem Fachwerksanierungen und Schnitzarbeiten an Fachwerkgebäuden aus. Hier bekommen Sie alles aus einer Hand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017